Ja, Verwaltungsgericht Berlin hat entschieden. Wir hatten uns damit befasst. Es ging um einen Eilantrag von mehreren palästinensischen Menschen oder Leuten, die Verwandtschaft im Gaza-Streifen haben. Und man wollte hier von dem Verwaltungsgericht Berlin einen Stopp von Waffenexporten von Deutschland an Israel erwirken in einem Eilverfahren. Und das VG Berlin hat jetzt entschieden und hat die Eilanträge zurückgewiesen. Damit befassen wir uns heute. Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos aus Mainz. Tja, kein Stopp von Waffenexporten nach Israel, so lautet die große Schlagzeile. Und wir erinnern uns, wir hatten uns damit befasst, Verwaltungsgericht Berlin. Da ging es um verschiedene Eilanträge, drei Eilverfahren insgesamt, Antragsteller jeweils Palästinenser. Und zwar in zwei Verfahren waren es Palästinenser, die sich derzeit in Gaza aufhalten. Und dann gab es noch eines auf Antrag. Das ist ein deutsch-palästinensischer Arzt aus Berlin. Der ist quasi aufgetreten für seinen in Gaza lebenden Vater. Die Antragsteller hatten geltend gemacht. Wir kommen nochmal zurück. Schaut euch dazu auch gerne mein Video zu der Thematik an. Die haben geltend gemacht, es besteht eine konkrete Gefahr hier, dass Deutschland durch die Genehmigung von Waffenlieferungen an Israel gegen völkerrechtliche Verpflichtungen verstößt. Und sie haben sich insbesondere auf Kriegswaffenkontrollgesetz gestützt und wollten eben erreichen, dass ein sofortiger Stopp von Waffenexporten hier durch das Gericht ausgeurteilt wird. Das hat aber nicht funktioniert. Es gab ja verschiedene Fragen überhaupt zur Zulässigkeit einer solchen Klage von Privatmenschen jetzt hier gegen Deutschland, gegen die Bundesregierung, ob sowas da überhaupt zu erreichen ist. Und die vierte Kammer war es, das Verwaltungsgericht Berlin hat jetzt den Klägern hier nicht recht gegeben, sondern hat die Anträge zurückgewiesen. Und ja, insbesondere gesagt, es geht ja hier um sogenannten vorbeugenden Rechtsschutz. Derzeit sind ja überhaupt keine Exporte am Laufen. Also es ist nichts im Moment, über das entschieden werden müsste, das genehmigt werden würde kurzfristig, sondern die Antragsteller, die Kläger, wollten hier im Prinzip eine Art vorbeugenden Rechtsschutz erreichen. Also für Fälle, die es auch noch gar nicht gibt. Ja, also pauschal quasi keine weiteren Rüstungsexporte. Und da hat das Gericht eben zu Recht gesagt, sowas geht nur in ganz, ganz strengen Ausnahmefällen. Und das Gericht hat gesagt, hier ist überhaupt nicht abzusehen, also es ist überhaupt nicht konkret genug, dass es überhaupt in Zukunft Waffenexporte gibt, über die zu entscheiden wäre. Es steht konkret nichts an. Und der zweite Punkt, mit dem sich das Gericht auseinandergesetzt hat, ist, dass es keine hinreichenden Anhaltspunkte dafür gibt, dass völkerrechtliche Vorgaben hier missachtet werden. Denn im Kriegswaffenkontrollgesetz steht ja, dass du dann nicht exportieren darfst, wenn irgendwie die Möglichkeit besteht, dass damit quasi völkerrecht gebrochen wird und so weiter. Jetzt ist es so, ein Gericht kann nur dann über Rechtmäßigkeit von behördlichen Maßnahmen entscheiden, wenn die Maßnahmen natürlich auch da sind. Ja, und hier hatten wir eben einen Fall eines sogenannten vorbeugenden Rechtsschutzes. Das heißt, die Kläger wollten eine Untersagung für die Zukunft, wo aber noch überhaupt kein konkreter Genehmigungsfall da war. Ja, und das ist sehr, sehr schwierig und das greift nur in ganz, ganz seltenen Ausnahmefällen, wenn du wirklich ganz hohe Anforderungen einhalten kannst und eben darlegen kannst. Hier droht eine konkrete Gefahr, ja, die von einem solch großen Wert ist, dass weiteres Abwarten hier nicht zumutbar ist. Das heißt, VG Berlin hat gesagt, wenn sowas überhaupt gehen würde, dann müsste zeitnah überhaupt über einen Antrag auf Genehmigung von Waffenexporten nach Israel zu entscheiden sein. Also es müsste konkret so sein, dass über einen solchen Antrag auf Waffenexport überhaupt eine Genehmigung ansteht. Und zweitens müsste hinreichend wahrscheinlich sein, dass da völkerrechtliche Verpflichtungen missachtet werden. Ja, und beides hat das Gericht verneint. Das Gericht hat vielmehr gesagt, die Sachlage ist hier völlig ungewiss. Ja, und eine solche Ungewissheit geht in einem solchen Fall eben zulasten desjenigen, der hier die Beweislast trägt. Und das sind die Kläger, beziehungsweise hier richtig bezeichnet als die Antragsteller. Ja, also wenn du nicht konkret darlegen kannst, dass sowas vorliegt, dann geht das auch mit dir nach Hause, um es mal so zu übersetzen. Gericht hat weiterhin gesagt, Bundesregierung hat seit Anfang 2024 keine Waffendieferungen mehr genehmigt. Also da war nichts mehr. Ja, und die Antragsteller hätten eben auch nicht glaubhaft gemacht, dass sowas jetzt unmittelbar ansteht. Kurze Anmerkung von mir, ist natürlich auch die Frage, wie die das rauskriegen wollen. Das haben die, glaube ich, auch geäußert, dass sie ja gar keine Möglichkeit haben, rechtzeitig mitzubekommen, wann sowas ansteht, um dann vielleicht erneut gerichtlichen Rechtsschutz zu beantragen. Aber trotzdem, es ist natürlich jetzt auch nicht Sache des Gerichts. Die Rechtslage ist so, wie sie ist. Ja, wer was vor Gericht erreichen will, der hat eben eine gewisse Darlegungs- und Beweislast. Und wenn man dem nicht nachkommt, dann fällt man eben auch in solchen Fällen hinten runter. Für mich ist das so ein bisschen so ein Antrag ins, also nicht falsch verstehen, aber so ins Blaue hinein. Ja, da wird gemutmaßt, dass etwas sein könnte und dass vielleicht was ansteht. Und dann versucht man, Rechtsschutz zu erlangen. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, wenn man nichts Konkretes hat. Das Gericht hat auch sehr deutlich gesagt, keine konkreten Anhaltspunkte, nichts vorgetragen, nichts da, was irgendwie einen Schluss darauf zulassen könnte. Die Bundesrepublik hätte hier Kriegswaffenkontrollgesetz missachtet. Also, dass hier völkerrechtliche Vorgaben irgendwie in Frage stünden oder sowas. Ja, da gab es nichts. Aus der Antragsschrift, das hatte ich gelesen, sind halt diese üblichen Dinge drin. Ja, Völkermord, Verstöße Genver Konventionen, Verstöße über diesen ATT, das ist dieser Vertrag über Waffenhandel, Arms Trade Treaty. Das haben die halt herangezogen. Aber ich kenne zwar die Antragsschrift nicht, aber da kannst du natürlich im Moment auch nur viel Mut maßen. Denn wir erinnern uns auch an die Entscheidung des IGH bisher, keine Anhaltspunkte für Völkermord in Gaza. Ja, das Gericht hat auch darauf hingewiesen, dass die Klage bzw. der Antrag ein bisschen den Entscheidungsspielraum der Bundesrepublik verkennt. Und, ja, weil dieser gerichtliche Antrag natürlich darauf gerichtet war, untersagen. Ja, und das Gericht sagt eben, man kann eine Waffenlieferung ja nicht nur genehmigen oder versagen, sondern man kann es auch mit bestimmten Nebenbestimmungen versehen, ja, Verwendungsbeschränkungen und so weiter. Also auch ein Punkt, den das Gericht hier zu Recht aus meiner Sicht ausgeführt hat. Das Gericht hat sich mit den Prüfprogrammen der Bundesregierung befasst, wie die das zu machen haben, wenn sie hier über Rüstungsexporte entscheiden. Kriegswaffenkontrollgesetz ist da ein Thema, Außenwirtschaftsgesetz, dann diesen ATT, der hier gerügt wurde. Und es gibt auch noch EU-Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von Militärtechnologie. Und all das beachtet die Bundesregierung dabei. Und das hat das Gericht auch für ausreichend erachtet. Und diese Information, das fand ich ganz interessant, die hat das Gericht von der Bundesregierung angefordert. Also die wollten das haben über das Bundeswirtschaftsministerium, also welche Praxis die da quasi zugrunde liegen. Und das hat das Wirtschaftsministerium denen auch mitgeteilt. Im Laufe des Verfahrens hat das Gericht ja noch was Interessantes gemacht. Die haben nämlich gesagt, man geht davon aus, dass bis zum Abschluss dieses Verfahrens die Bundesregierung hier keine weiteren Exporte genehmigt. Und man hat da zugleich angedroht, wenn ihr das jetzt doch macht, bis wir hier entschieden haben, dann müssen wir möglicherweise, man nennt das einen Hängebeschluss, also im Prinzip ist das eine Eilentscheidung im Eilverfahren. Also dass du vorläufig schon eine Maßnahme zur Sicherung quasi ergreifst. Und dann hatten die quasi angedroht, dass man dann das entsprechend untersagen wird, bis das Verfahren hier abgeschlossen ist. Und jetzt ist es abgeschlossen. War aber auch nicht erforderlich, diese Nummer, denn es standen seit Januar da auch keine weiteren Exportgenehmigungen an. Und auch im Moment ist das nicht der Fall. Und aus den Unterlagen ging auch hervor, dass auch Deutschland seine Genehmigungspraxis hier geändert hat. Die schauen noch genauer hin als Reaktionen eben auf die derzeitigen Vorkommnisse. Ja, das waren so im Wesentlichen die Erwägungen des Gerichts und das Gericht hat es nicht mal im Rahmen der Begründetheit erst mal gekippt, sondern tatsächlich an der Zulässigkeit scheitern lassen und insoweit daran, dass eben kein schützenswertes Interesse hier für einen solchen vorbeugenden Rechtsschutz besteht. Das heißt, um einige andere Fragen hier der Zulässigkeit, also können die Leute aus Gase hier jetzt vor dem Verwaltungsgericht in Berlin tatsächlich einen solchen Rechtsschutz erlangen, sind das drittschützende Normen, diese ganzen spannenden juristischen Themen, da kam das Verwaltungsgericht drumherum. Rechtsmittel sind möglich und das ginge zum OVG Berlin-Brandenburg ist das meines Wissens nach. Ja, ich glaube schon. Einer der Beteiligten hat das bereits angekündigt, die anderen prüfen das noch. Das Ganze ist ja auch so ein Kollektiv aus mehreren Anwälten, die das angestrengt haben und da stecken auch Menschenrechtsorganisationen dahinter und so weiter, die das im Hintergrund, ja weiß ich gar nicht, finanzieren, begleiten, was auch immer. Also sehr interessante Entscheidung, sicherlich hier noch nicht beendet. Bin ich mal gespannt, was das OVG dazu sagt. Ich hatte, als ich mein Video gemacht habe, auch ein bisschen Bedenken gehabt, weil es eine Konstellation ist, das ist schwierig. Erdose Privatläufe, die jetzt versuchen, die in Gaza sitzen, die versuchen vor einem deutschen Gericht quasi Eilrechtsschutz zu erlangen, für Dinge, die aber in der Zukunft liegen, ja, also allein schon, wenn ich höre, pauschaler Verbot von Waffenexporten, das ist schwierig und in eine ähnliche Richtung geht ja jetzt auch das VG. Ich hätte dazu noch gedacht, dass hier halt sehr, sehr streitig ist, ob überhaupt drittschützende Normen vorhanden sind und das ist ganz wichtig. Wenn du als Privatmensch, sage ich mal, gegen solche Sachen vorgehst vor einem Verwaltungsgericht, dann brauchst du immer Normen, die dir zur Seite stehen, quasi, die auch drittschützend sind, also die auch deine konkreten Interessen berühren. Und da hatte ich hier, ja, also diese Frage ist halt nicht entschieden, aber da kann man schon ein bisschen Zweifel haben. Also ich hätte es wahrscheinlich eher an dieser Stelle vielleicht scheitern gesehen. Die haben sich jetzt eben darauf beschränkt zu sagen, vorbeugender Rechtsschutz, das geht hier zu weit, weil eben einfach konkret nichts ansteht. Ja, so ist das. Also haben wir das auch. VG Berlin weist Eilanträge zurück. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. In der spannenden Welt der Juristerei und im Jurabus. Nein, Jurabus ist ja jemand anderes. Entschuldigung. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017